Herzlich Willkommen bei Radio München. Zu Märchen hat Deutschland im 21. Jahrhundert ein ambivalentes Verhältnis. Hatte das Sommermärchen 2006 die Nation noch geeint, so hat das winterliche Lügenmärchen aus den Federn von Korrektiv selbige gespalten. Noch mehr gespalten, als sie ohnehin schon war. Jean-Peters ist das, was dabei herauskommt, wenn man die Gebrüder Grimm bei Wish bestellt. Nach eigener Aussage entwickelt der Journalist Aktionen und erfindet Geschichten, mit denen er in das politische und ökonomische Geschehen interveniert. Sein jüngstes und erfolgreichstes Märchen, bei dem er federführend mitschrieb, handelt von einem Geheimtreffen. Dort seien zwielichtige Personen zugegen gewesen, so zwielichtig, dass man das Treffen als Wannsee-Konferenz 2.0 titulierte, also als eine Folgeveranstaltung eines nationalsozialistischen Geheimtreffens im Jahr 1942. Doch die als Journalisten getarnten Märchenschreiber machen sich nichts aus den Unterstellungen, die die gesamte Erzählung wie ein roter Faden durchzieht. So sollen sinistre Kräfte auf dieser Konferenz Deportationspläne gesponnen haben. Als Spinnerei sollte sich das nach und nach entpuppen, was jedoch nichts an der Tatsache änderte, dass Millionen Bürger gegen ein wie auch immer geartetes Rechts auf die Straße gingen. Das letztendliche Auffliegen des Märchens änderte auch nichts an dem nun entfachten und ungebremst fortgeführten Kampf gegen das Phantom der omnipräsent-rechten Umtriebe. Als wäre das nicht realitätsenthoben genug, hat nun ein Künstlerkollektiv einen dystopischen Propaganda-KI-Videoclip erstellt. Dieser zeichnet in immensiven Bildern ein Deutschland im Jahr 2060. Die Realität wird dabei vom Fuß auf den Kopf gestellt. Der dreiminütige Clip hat das Korrektivmärchen zu Ende gedacht und der Autor Peter Löcke hat Korrektiv zu Ende gedacht. Hören Sie seinen Text, der zunächst im Club der klaren Worte erschienen war. Sprecherin Sabrina Khalil. Zitat Wir haben es zu Ende gedacht. So beginnt der Begleittext zum Video Oma, was war nochmal dieses Deutschland? Der Clip wurde am 11. April 2024 auf YouTube hochgeladen und mittlerweile mehr als 300.000 Mal angeklickt. Deutsche Leitmedien wie der Merkur nehmen das Video wohlwollend zur Kenntnis. Alternativmedien wie Achgut oder die NZZ aus der Schweiz betrachten es kritisch als Propagandamachwerk. Hintergründe hinter Männer und Frauen, Produzenten, Co-Produzenten und Sprecher, Aspekte, die bisher übersehen wurden, sowie Fragen, die bisher nicht gestellt wurden. Es folgt ein Versuch, das medial viel diskutierte Video mit Abstand zu betrachten. Ein Essay, das Video zu Ende zu denken. Das Video Der KI-generierte Videoclip zeigt zuschauerfreundlich in leicht verdaulichen dreieinhalb Minuten ein dystopisches Deutschlandbild im Jahr 2060. Es zeigt geschlossene Arztpraxen, Schulen und Universitäten, nicht abgeholten Müll und wirtschaftliche Armut. Man sieht Bilder wie aus einem Endzeitfilm nach einer Nuklearkatastrophe. Das Video erzählt von der Abschaffung von Wahlen, der Abschaffung von Parteien und der freien Presse, sowie einem zensierten Internet. In Kurzform? Es zeigt das Ende der Demokratie. Das alles passierte, nachdem die Rechtsextremen, die Blauen, an die Macht kamen. Die AfD wird nicht namentlich genannt, doch jeder weiß, dass sie gemeint ist. Die durch KI hergestellten neuen Machthaber ähneln Chupala, Höcke und Weidel. Ein Nachrichtensprecher weist eine gewisse Ähnlichkeit zu Hans-Georg Maaßen auf. Wehmütig erklärt all das eine Oma ihrer aufmerksam fragenden Enkelin. Sie erklärt es auf einer Veranda sitzend im weit entfernten Nordafrika. Dabei erinnert die indigene alte Frau auch an die Geschichte von Korrektiv. Damit, mit der Remigration, habe das Unheil angefangen. So war das damals in Deutschland. Zitat Exodus, so nennen wir das heute. Sie nannten es Remigration. Die Ersten, die hierher kamen, kamen nämlich gar nicht freiwillig. Sie wurden gezwungen. Zitat Ende Die Geschichte, mit der dieses Video ein Deutschlandbild im Jahre 2060 zeichnet, basiert auf der Kernbotschaft der am 10. Januar veröffentlichten Korrektiv in Anführungszeichen Recherche. Beim Video handelt es sich um einen in der Zukunft liegenden Fortsetzungsroman des aktuellen Korrektiv-Romans. Korrektiv wurde zu Ende gedacht. Die vorwurfsvolle Botschaft lautet bei beiden Publikationen Wer Remigration sagt, meint damit eigentlich massenhafte Deportation und millionenfache Vertreibung nicht deutscher Menschen. Journalismus? Nein. Das Video ist eine erfundene Geschichte auf Grundlage einer erfundenen Geschichte. Es handelt sich um Storytelling. Und das ist belegbar. Storytelling Storytelling ist ein beliebtes Stilmittel im Marketing. Der Grund ist psychologischer Natur. Menschen kaufen nicht nur ein Produkt, sie kaufen immer auch die Geschichte, die ihnen das Produkt erzählt. Das Image. So funktioniert Werbung. Daher entwerfen Werbefachleute rund um ein Produkt eine spannende, emotionale oder fesselnde Geschichte. Im Idealfall kauft der Kunde dem Unternehmen diese Geschichte und damit das Produkt ab. Was für die Wirtschaft gilt, gilt leider auch für viele Journalisten. Viele Journalisten sind Freiberufler und gleichzeitig als Werbetexter tätig. Das ist legitim. Man sollte Journalismus und Werbung nur trennen können. Kann das ein Jean Peters? So heißt der Hauptautor der Korrektivrecherche. Zitat Ich entwickle Aktionen und erfinde Geschichten, mit denen ich in das politische und ökonomische Geschehen interveniere. Zitat Ende. Als Geschichtenerfinder, als Storyteller, bewirbt Jean Peters auf seiner Homepage seine Dienstleistung. Er bewarb, müsste es mittlerweile heißen, als das nach dem Artikel von Korrektiv an die Öffentlichkeit drang, löschte Peters diesen Passus. Doch zurück zum Video und zu den Machern von Oma, was war nochmal Deutschland? Es handelt sich um die Produktionsfirma Ponywurst. Bei den Produzenten des Videos handelt es sich ebenfalls um Geschichtenerfinder, wie Peters geben sie das freimütig zu. Zitat Ponywurst vereint kreative Köpfe, Storytelling-Experten und innovative Technologie wie generative künstliche Intelligenz und Video-Expertise. Zitat Ende Als Zuschauer, Leser und Kunde können sie die Geschichten der Geschichtenerfinder glauben oder nicht. Wie das Produkt eines Unternehmens können sie also die politische Botschaft der Story dem Storyteller abkaufen oder es lassen. Nur sollte man sich eben bewusst sein, dass es hier nicht um Journalismus geht, sondern um das Erzählen einer Geschichte. Relotius Co-Produzenten, Sprecher und weitere Akteure Neben Ponywurst Productions, neben den Machern des Videos Andreas Oloff, Behesat Karimkani und Christian Suhr lohnt sich ein Blick auf die Sprecher und Co-Produzenten des Films. Es handelt sich um Comedians wie Atze Schröder, Luke Mockridge, Micky Beisenherz oder Ingmar Stadelmann. Sie sind aus dem TV bekannt und dem politisch linken Spektrum zuzuordnen. Es handelt sich um selbsternannte Kämpfer gegen die AfD, um Künstler, die auch bei anderen politischen Fragen nicht negativ durch Kritik am Woken Zeitgeist auffallen. Daneben tauchen Familiennamen auf. Als Medienpartner die Hamburger Mopo, außerdem diverse Firmen. Unter den Unterstützern sind Unternehmensberatungen, Künstler und Werbeagenturen, selbst ein Online-Shop für Sport und Diäternährung befindet sich unter den Co-Produzenten. Besagte Einzelpersonen und Firmen werden kaum gestalterisch an der Produktion beteiligt gewesen sein, sie bewerben den Film mit ihren Namen. Ob Gelder geflossen sind, wer das Projekt initiiert und finanziert hat, ob es gar aus reinem Idealismus für eine vermeintlich gute Sache von Ponywurst Productions selbst gestemmt wurde, bleibt unklar. Ein Name sticht unter den Mitwirkenden heraus. Florence Gaub. Sie fungiert im Videoclip als Nachrichtensprecherin. Gaub ist im realen Leben als Forschungsdirektorin der NATO-Militärakademie in Rom und als sogenannte Zukunftsforscherin ein gern gesehener Expertengast in TV-Talkshows. Gern gesehen wird Florence Gaub auch als Speaker und Moderatorin auf der Münchner Sicherheitskonferenz und dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Die prominente Gaub konnte für das Projekt, das von der NZZ als plumpe Propaganda analysiert wurde, gewonnen werden. Widersprüche und Ironien des Films Bemerkenswert sind die Widersprüche und Ironien des Films. Drastischer ausgedrückt, die Macher des Films beschreiben in der Dystopie ihr eigenes Verhalten. Ponywurst Productions waren vor der Zukunftswelt eines zensierten Internets. Sie selbst deaktivieren die Kommentarfunktion unter dem Clip. Kritik ist also unerwünscht. Der Film warnt vor einer Zukunftswelt, in welcher die AfD andere Parteien verbieten möchte. In der Gegenwart sind es die anderen Parteien, die die AfD verbieten möchten. Der Film warnt vor einem ideologischen Einheitsbrei im deutschen Fernsehen. Das ist der Hauptkritikpunkt am öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Jahr 2024, nicht im Jahr 2060. Es werden Ängste geschürt vor einem wirtschaftlich kaputten Deutschland. Auch hierfür reicht ein Blick aus dem Fenster. Dafür muss man nicht in die Glaskugel einer weit entfernten Zukunft schauen. Der Blick über den Tellerrand. Vielleicht haben Sie das Interview von Markus Langemann mit dem Juristen Dr. Ulrich Vosgerau gesehen, einem Teilnehmer der als Geheimtreffen geframeten Korrektivgeschichte. Vosgerau sprach über die Schwierigkeiten, korrektiv juristisch zu belangen. Es sei gerade das Unkonkrete, das Vage, die Unterstellungen und das Arbeiten mit Suggestionen, das es so schwierig mache, korrektiv für ihren diffamierenden Artikel zu belangen. Deportationspläne? Das haben wir so nicht explizit gesagt, wir haben es nur vermutet, interpretiert und außerdem haben wir das, was wir nicht gesagt haben, gelöscht. So sah in etwa die Verteidigungsstrategie von Korrektiv aus. Auch dieses aktuelle Video arbeitet mit identischen Stilmitteln. Die AfD wird im Clip nicht namentlich erwähnt, auch die gezeigten Personen erinnern nur bildhaft an AfD-Politiker. Es gibt einen Song, der dieses Stilmittel beschreibt. Das Lied ist geradezu eine Anleitung, wie man hart am juristischen Limit Grenzen auslotet und politisch missliebige Menschen im Konjunktiv attackiert. Das Lied heißt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt und stammt aus der Feder von Danger Dan, bürgerlicher Name Daniel Pongratz. Der Refrain geht so. Juristisch wär die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich's mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Beworben wurde das Lied von Jan Böhmermann. Es wurde in seiner Sendung ZDF Magazin Royale uraufgeführt. Die Idee zum Lied kam Danger Dan bei einem Treffen in einem Salon, als er sich mit Gleichgesinnten traf. Ob es sich um ein Geheimtreffen handelte, entzieht sich meiner Kenntnis. Gesichert ist nur, wer ihn zum Schreiben des Textes inspirierte. Inspiriert wurde er von einem sehr guten Freund, einem ehemaligen WG-Partner. Sein bester Freund ist ein beruflicher Geschichtenerfinder. Er heißt, zu Ende gedacht, Jean Peters. Sie hörten Peter Löckes Text Korrektiv zu Ende gedacht, Sprecherin Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt und ich meine, Märchen sind häufig grausam und fordern die geistige Resilienz heraus. Aber sie werden auch Märchen genannt und niemandem als Realität verkauft. Den Unterschied zu erkennen ist wohl der erste Schritt zur Resilienz. Schönen Tag und Abend bis zum nächsten Mal hier bei Radio München. Ciao, Servus.